Mein Name ist Thomas Mauthe. Ich bin Geschäftsführer der Firma Schüschke. Wir sind seit ca. 30 Jahren mit unserem Werkstoff Warico im Markt unterwegs. Wir produzieren kundenspezifische Einrichtungsgegenstände für Verkehrsflugzeuge, Yachten, Caravans, aber ebenso für öffentliche gewerbliche Einrichtungen und auch zum Beispiel Gehäuse für die Medizintechnik. Im Bereich der zivilen Luftfahrtindustrie sind wir Weltmarktführer bei der Entwicklung und Fertigung Kunden individueller Waschtische und sonstiger Lösungen. Aufgrund steigender Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich Entwicklungs- und Produktionszeiten sowie erhöhten Oberflächenanforderungen haben wir unseren Fräsprozess auf die Werkzeughalter Tendo e-Kompakt und Tribus Mini von Schunk umgestellt. Neben erhöhten Werkzeugstandzeiten haben wir so eine deutliche Verbesserung der Maßhaltigkeit und der Oberflächenqualität erzielt, sodass bisher notwendige Arbeitsschritte zum Teil sogar entfallen konnten. Sofern freuen wir uns auf eine weitere Zusammenarbeit mit der Firma Schunk und sehen da noch deutliches Potenzial, unseren Produktionsprozess zu optimieren.